servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal an dieser stelle ein paar änderungen zu dungeons die blizzard höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich bald ins spiel bringen wird beziehungsweise die geplant sind unter anderem ist ja bekannt dass mit einer season 4 die kommen soll mehrere alte dungeons ins spiel zurückkommen die spieler können zum beispiel auswählen welche dungeons aus warlords of granola sein soll und da ist aktuell das grimmgleis depot führend oder mitführend wer sich erinnert der kampf fand am ende auf einem zug statt der sich durch die gegend bewegt hat und das bedeutet dass der zug sich weiter bewegt hat und links rechts links rechts ist die landschaft an euch vorbeigerast selbiges oder ähnliches habt ihr im legion dungeon der seelen schlund da seid ihr dann auf dem schiff das durch die gegend propellert und da habt ihr auch die tatsache dass sich links und rechts was bewegt das meer und so weiter und so fort das sorgt wohl bei manchen spielern für probleme und dementsprechend hat blizzard jetzt tatsächlich reagiert blizzard has announced that some accessibility updates are coming to grim rail depot and more of souls in patch 9.2.5 allowing players to turn off the moving environment also das bedeutet da hat blizzard bzw warcraft auch ein video zu gemacht mit patch 9.2.5 wird ein update eingeführt wodurch ihr auf wunsch diese sich bewegende umgebung abstellen könnt es gibt wohl spieler die haben damit der motion sickness probleme hier seht ihr so ein accessibility advocate und da könnt ihr was kaufen was diese ganze schose dann ausstellt unten oder hier seht ihr jetzt wie das normal aussehen würde der fight jetzt benutzt er dieses item dafür und das sieht dann nur noch so aus es bewegt sich zwar immer noch so ein bisschen der wind aber die wände drumherum sind quasi fest und dasselbe habt ihr more of souls da könnt ihr auch ein item kaufen da sind wir jetzt auf dem schiff so ist es normalerweise da bewegt sich alles drumherum und wenn ihr das item benutzt steht die see still alles in allem mich betrifft es jetzt nicht aber ich finde es okay dass blizzard so eine option anbietet und für spieler die wirklich damit probleme hatten ist es doch eine gute sache dass sie damit besseren zugang zu den spielen haben oder zu den instanzen also von meiner seite aus alles okay gute sache gab wohl auch jede menge spieler feedback weswegen blizzard das überhaupt erst gemacht hat zeigt finde ich wieder dass sie auf die community hören das gefällt mir ganz gut schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare damit sind wir schon durch danke fürs zusehen lasst gerne ein abo da wenn euch meine videos gefallen bis dahin lasst euch gut gehen reingehauen bis zum nächsten Mal